Ich habe mich daher entschieden, Anfang Juli dieses Jahres als Landeshauptmann zurückzutreten und Landesrat Christopher Drexler als meinen Nachfolger vorzuschlagen. Mit der Kraft und der Energie eines 50-Jährigen und gleichzeitig mit 30 Jahren Erfahrung in der Politik. Ich wünsche dem Land, der geliebten Heimat, alles Gute. Ich wüsste ehrlich gesagt keinen anderen in Österreich. Christopher ist es. Politik war mein Beruf. Aber auch wenn ich jetzt als Landeshauptmann aufhöre, die Steinmark bleibt mein Leben.